SWELL TV. Stream what you really like. So rasant und spektakulär wie der erste Teil ist die unfassbaren 2 leider nicht mehr. Aber trotzdem ist es schön, die Robin-Hood-Zaubertruppe um Mark Ruffalo wieder in Action zu sehen. Wenn man will, sogar klarer als je zuvor. Beide Teile der Magier-Komödie sind jetzt als Ultra-HD-Blu-Rays erschienen. Der Auftraggeber, den ich vertrete, hat ein Angebot für Sie. Jeder Todesfeuer muss wie ein Unfall aussehen. Ihre Spezialität, glaube ich. Ich bring diese Leute nicht um. Bischof! Er muss es wieder richten. In Mechanic Resurrection wird Jason Statham wieder Willen zum präzisen und unerbittlichen Auftragskiller mit einem Händchen für zufällig tödliche Unfälle. Gegen Ende verliert der Film aber leider sein bis dahin vorzügliches Tempo. Open Water meets Sharknado. Wer einer Prise Trash nicht abgeneigt ist, für den brennt The Shallows Gefahr aus der Tiefe ein Feuerwerk des Nervenkitzels ab. Ein riesiger weißer Hai begibt sich mal wieder auf die Jagd nach einer schönen Dame. Schön schaurig. Swirl TV. Ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.